Seht euch diese Welt an. Da ist das Labyrinth. Da sind die Geister. Oh, Bienen. Sehr schön. Was ist das denn für ein Seil? Seht ihr das? Da hat dieses Ding da. Das gehört hier dazu. Da ist auch. Seht ihr das? Guckt es her. Hier ist das Haus. Da waren wir noch gar nicht. Mumbo. Da ist schon wieder so ein Seil. Äh. Nö, das ist hier das Ding da. Ja. Da geht's schön vorsichtig runter. Ja, das tut auch weh. Seid mir mal kein Mumbo. Nein. Nein, noch nicht. Da, da. Da, 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 da. Was haben wir denn hier? Oh nein, Gläserrücken. Die Mumbo-Schäde. Was macht ihr denn da? Oh nein, das Gläserrücken, das war ja auch... Hallo. Das war auch ein bisschen fies, mit diesem blöden Geist, der mich verfolgt. Oh, komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm. Komm, komm, komm. Aber war ja eigentlich nicht gültig, ich noch in Bocahane, ne. Doch, hier vorne. Ja genau, ich komm, Bocahane. Ich komm. Da da, da, da da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da kann man ja nicht drauf. Okay, wir sind bereit. Seid ihr bereit? Ne. Seid gegrüßt. Herr Dröger, löse das magische Rekse und das Brudel an der Tür. Oh, okay. Oh nein. Äh. Was? N. Was? Nein. J. Nein, 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 nein. Was ist das andere O? Da. Nio. Nio. Ja, ah. Ist das auch weiter? Ja. Und. I und E. Das ist verbratet, das Puzzletail sei dein. Ich bin erlös. So, der Geist ist weg. So, ein weiterer Puzzletail geht hier wieder aus. Sollen wir mal aufs Dach? Wir gehen erstmal hier gucken. Oh, hier waren wir schon. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Aber was ist denn eigentlich hier hinten? Oh. Hier sind noch Dinge. Der war mir noch ganz dringend. Stopp, stopp. Hm? Ah! Alter! Was machst du da? Nein, nein, nein. Blöden Geister. Was ist denn hier? Ist doch gar nichts. Darf ich nicht. Nur zum Heilen sind diese Fenster da. Okay, wir gehen aber trotzdem mal rein. Mal alles kaputt zu machen. Sieht aus wie ein Bär. Ein Bär und guckt da drauf. War ja nicht nur ein anderes Fenster. Warten wir uns mal auf hier rin? Nein, komm, wir machen jetzt erstmal das Haus komplett. Gehen wir mal hier rauf. Und hier auch wieder mit den Siegeln. Fledermaus. Das kitzelt sich dann bei. Hier müssen wir doch mit der Verwandlung rein. Ja, die Verwandlung ist etwas... Ah, hier. Ah, da hinten. Okay, ich weiß nicht. Wie bist du denn? Ledermaus! Hallo, komm mal hierher. Butz! Okay, ich anledige dich nachher. Was ist denn hier drin? Hallo. Dann muss ich auch mit der Verwandlung rein. In den Essbaren. Was auch immer. Und das ist der Grundhilderturm. Ja. Wegen der... Oh, ich war doch. Ja, ja, ich weiß. Nein! Oh, nein. Oh, nein. Okay, wie viele Federn haben wir denn? Fünf? Na gut. Das lasse ich mal anlegen. Kannst du nicht? Freund, da oben ist noch eine. Ja, ja, dich anledige ich, Anna. Boah. Das Ding kann auch runterfallen. Alter, fliegt das weit? Wo ist denn hin? Hau, da hinten glitzert jetzt. Irgendwie sieht der Meerrand als Spiel. Ich muss mal noch nachher dann gucken, wie ich das da mache. Was? Schon wieder? Ah! Das macht so viele komische Geräusche. Eine Toilette. Eine Toilette, die lebt. Das ist eine Badewanne. Oh, mein Bier ist zu dick. Er passt in Loco nicht hinein. Loco? Ich bin nicht da. Ich bin nicht Loco. Und hier war auch das Ei hier. auf der Toilette. Dann müssen wir auch nachher als Verwandlung rein. Ich weiß noch nicht, was es ist. Federn in der Dusche. Ey, was ist das? Das ist eine Badewanne. War es das schon? Ja, das war es. Lauf mir noch mal rein rum. Gehen wir mal noch. So, was? Yeah. Hey! Ey, bleib drauf! So. Wissen, was da nicht eigentlich auch alles verwandeln bleibt? Eigentlich war ich da noch nie drin. Oh. Was ist denn hier drin? Hallo? Noten. Okay. Schon wieder ein Grundhilderbild. Das ist das gleiche. Oh. Das kann ich gut vertragen. So wie das da. Noch eins? Nein. Okay, das war auch gerade gut. Die neuen Spray haben mir gefehlt. Wann ist alle Noten? Neun Noten müssten das gewesen sein. Ich hab die Noten natürlich nicht mitgefehlt. Okay, aber bevor wir weitermachen, sag ich erstmal, bis zum nächsten Mal. Ciao.